Hey Leute, heute möchte ich euch etwas Positives über eine Partei berichten, über die ich bisher nur ein einziges Video gebracht habe. Und zwar geht es um die SPD, die letztes Jahr noch keine einheitliche Meinung zur Cannabis-Legalisierung und ebenfalls keine Parteispitze hatte. Aber das sieht nun anders aus, nachdem Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans als Doppelspitze die Partei vertreten. Daher werden wir uns heute mal ihre Aussagen über die Legalisierung von Cannabis ansehen. Und da es mal wieder keine Video- oder Tondatei gibt und ich nicht möchte, dass ihr auch noch lesen müsst, werde ich euch das Ganze zitieren. Also lasst uns anfangen mit Saskia Esken, die folgendes zu sagen hat. Während Cannabis kriminalisiert wird, wird Alkoholkonsum zelebriert. Denken Sie nur an das Oktoberfest. Wer erst Cannabis verurteilt und dann im nächsten Bierzelt das Fass ansticht, legt doppelte Standards an. Also dabei kann ich ihr nur Recht geben. Diese Art von Doppelmoral mussten wir uns hier auf dem Kanal leider häufiger schon anhören. An dieser Stelle möchte ich nur noch mal auf Stefan Pilsinger aufmerksam machen. Mir geht es nicht darum, mich falsch anzubiedern, sondern um die Gesundheit der Menschen. Deshalb will ich eine Welt mit weniger als mit mehr Drogen. Vielen Dank. Ja, das ist leider traurige Realität. Aber dafür gibt es auch immer mehr Politiker, die darüber ganz anders denken. Also hören wir uns doch mal zusammen die weiteren Aussagen von Saskia Esken an. Ich bin dafür, weiche Drogen wie Cannabis zu legalisieren. Das würde Polizei und Justiz entlasten und der gesellschaftlichen Realität Rechnung tragen. Die Gesundheitsgefährdung durch Alkohol oder Cannabis ist durchaus vergleichbar. Also erstmal finde ich es klasse, dass sie für die Legalisierung ist und somit ein eindeutiges Signal setzt, wie es die CDU oder CSU so gerne sagt. Jedoch denke ich, dass man die Gesundheitsgefährdung durch Alkohol oder Cannabis nicht vergleichen kann. Denn die geistige und körperliche Schädigung bei Alkoholkonsum ist deutlich härter als bei Cannabis, was auch alle Studien zu dem Thema, die ich finden konnte, allesamt bestätigen. Es würde mich freuen, wenn Sie sich in der Zukunft über diesen Punkt nochmal informiert. Denn so klingt es, als wäre Alkohol und Cannabis gleich gefährlich. Aber hören wir uns doch jetzt mal an, was Norbert Walter-Borjans zu dem Thema zu sagen hat. Ja, da bin ich ganz auf der Seite von Walter-Borjans und dem Bund der Kriminalbeamten, über dessen Präsident ich im Übrigen auch schon ein Video gebracht habe. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, würde ich mich freuen, wenn ihr dort mal reinschaut. Ich persönlich finde es jedenfalls gut, dass die SPD nun Farbe bekennt und bin schon gespannt darauf, mehr über die genaueren Legalisierungspläne zu erfahren. Denn einfach wird es nicht mit den Koalitionspartnern CDU und CSU, die sich in Form von Annegret Kramp-Karrenbauer schon zu dem Thema geäußert hat. Zunächst mal sind diese Vorschläge falsch für unser Land. Wie ernst sie gemeint sind, muss die SPD beantworten. Das sind natürlich Forderungen, die nicht im Koalitionsvertrag vereinbar sind. Also wie schon gesagt, ich bin schon gespannt, wie das Ganze in der Zukunft ablaufen wird und werde euch über alles weiter auf den Laufenden halten. Was ihr über dieses ganze Thema denkt, könnt ihr mir natürlich in Kommentarform dalassen. Genauso wie wenn ihr Vorschläge habt, was ich auf meinen zweiten Kanal, der als Backup dient, in der Zukunft bringen kann. Und zum Schluss möchte ich mich wie immer dafür bedanken, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das bedeutet mir wirklich viel. Und falls ihr Lust habt, könnt ihr jetzt noch eins meiner anderen Videos ansehen. Mich würde es jedenfalls freuen. Habt alle noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.